Ja, herzlich willkommen bei Stray Souls. Das Spiel hat fantastische Trailer, unfassbar gute Bilder, es sieht so toll aus und es hat miserable, miserable Steam Reviews. Miserable einfach nur. Ich hör von allen Seiten nur Schlechtes und ich dachte, das ist wie so ein kleiner geprügelter Welpe, da muss man einfach mal gucken. Entweder man peppelt ihn auf oder man prügelt mit. Wir gucken mal, wir machen mal ein neues Spiel. Ja, und. Oh, bedrohlich. Warte, warte. Ich glaube auch, die haben alle keine Ahnung. Okay, Scheißspiel. Alter, vier weg. Das war ich, als ich Magen-Darm hatte. Äh. Ii. Ii. Alter. Der ist halt überall, der ist halt überall vollgeschmiert mit Dünflatus. Bitte sagt mir nicht, dass wir der sind. Ich will der nicht sein. Ähm. Was? Was? Um. Was? 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 Oh, ich will auch. Ich hab voll Hunger. Das ist das, was er sieht, ne? Das ist einfach das, was er sieht. Der Typ, der mit Dünnschiss vollgeschmiert ist, sollte vielleicht keine eigene Entscheidungsfreiheit haben. Alter, willst du mich verarschen? Hä, guck mal, die ist doch glücklich! Ja... 18 Jahre später. Oh, es ist langweilig. Ehh, niemand wird mich verarschen. Du solltest wahrscheinlich die Mühe aufbauen, bevor ich in der Nacht fliege. Sind wir eins der erschossenen Kinder? Ich weiß es nicht genau. Drücke Tab, um dein aktuelles Ziel anzuzeigen. Okay, also das sind wir. Hier. Das ist unser moderner PC. Ich glaub, 4090er ist drin. Wir können Cyberpunk spielen. So, Umweltkunst. Musik ist schön, also bis jetzt. Musik, Peter Wicher. Die Kamera ist ein bisschen, äh, eigenwillig. Ich finde, er wohnt sehr schön. Und es ist auch immer toll, wenn du Horrorspiele spielst, und das fängt alles in so einem normalen Wohnhaus an, wenn die dann einfach so eine Bilder an der Wand haben. Weil das sind Bilder, die hängen wir uns alle auf. Das ist gut für das Wohl, für das Seelenheil einfach. Leidende Menschen, Gedärme, furchtbare Schatten auf irgendwelchen Hintergründen. Das tut gut, das tut der Seele gut. Da will man sein, da lässt man sich fallen. Oh, Frieda! Klopsig, oh, klopsig. Lethargo, der Wunderhund. Ich glaub, wir haben ihn bewusstlos gestreichelt. Oder er ist grad schon, er ist grad schon gestorben. Ich glaube, er ist gestorben. Wir haben ihn, äh, kaputt gestreichelt. Wieso eiern wir so komisch? Ich muss meine Tür keine Sorgen machen, das ist gut. Alter, diese Bilder. Oh, wieso kommen die Tapeten überall runter? Wie wohnt der Mann? Der hat ein riesiges Haus, aber alles ist verwohnt. Ich möchte hier keine Vergleiche ziehen, aber... Das kenn ich sonst nur, äh, von Influencern. Einem. Ehemaligen. Hier ist auch alles kaputt, irgendwie von der Decke gekommen. Oder hier, ich weiß nicht genau, wo... Scheibe eingeschlagen. Risse in den Wänden. Geh die Treppe nach unten und beseitige das Chaos. So. Finde einen Behälter für deine Schmutzwäsche. Jaja, ich hab noch nicht mal angefangen. Chill. Lesen. Alex Pierce, an Mr. Daniel. Rechtsanwalt, was? Daniel, gestatten Sie mir, dass ich Sie als Erster in Ihrem neuen Zuhause willkommen heiße. Ich möchte Sie über einige Dinge informieren, die Sie bei Ihrer Eingewöhnung beachten sollten. Ich habe mir erlaubt, ein Reinigungsteam zu engagieren. Das hat ja echt gute Arbeit geleistet. Wow. Ist richtig aprilfrisch hier drin. Ich habe mir erlaubt, ein Reinigungsteam zu engagieren, dass alle persönlichen Gegenstände Ihrer Großmutter einpacken und das Haus kurz entstauben soll. Die haben einmal gelüftet, das war's. Alle Ihre Sachen wurden in Kartons verpackten auf den Dachboden gebracht, wo Sie sie in Ruhe durchsehen können. Wie Sie sehen können, wurden all Ihre Möbel an Ort und Stelle belassen, damit Sie nicht gleich vor dem Einzug alles neu kaufen müssen. Einige der Zimmer waren verschlossen, sodass die Reinigungskräfte nicht hineingelangen konnten, wofür ich mich entschuldige. Ich weiß auch nicht, wo die Schlüssel sind, aber ich vermute, dass Sie versehentlich in einer Kiste mit Ihren Sachen gelandet sind. Ich hoffe, dass es Ihnen nicht zu viel Ärger bereitet und bitte zögern Sie nicht, mich anzurufen, wenn Sie das Reinigungsteam noch einmal brauchen, damit die kurz durchlüften. Nachdem Sie die Sachen durchgesehen haben, ich wünsche Ihnen viel Spaß in Ihrem neuen Zuhause. Mit freundlichen Grüßen, Alex Pierce, Rechtsanwalt. Okay. Hier ist nochmal ein Scheißhaus, das ist gut, was ist hier? Ähm. Ähm. Hier war ein Reinigungsteam drin? Da ist Scheiße im Klo! Da ist eine fette, braune Wurst, eine Kringelwurst. Da ist eine Zimtschnecke einfach nur aufgerollt, der ist am Klo. Da hat jemand sein Jojo abgeseilt. Was für ein Reinigungsteam. Wo bringe ich die Wäsche jetzt hin? Ich... Kann ich wenigstens spülen? Kann ich die Scheiße runtersch... Warum ist denn da völlig random einfach Scheiße im Klo? Und diese komischen, fürchterlichen Bilder. Okay... Haben wir das... Haben wir das so hinterlassen? Okay, warte, ich mach das mal. Ich hebe mal eben auf. Jesus, I made a damn mess. Hier ist alles schmutzig. Guck mal, da kommt alles runter und bla. Es ist alles furchtbar hier. So eine schöne Bude und so verkommen. Die Aussicht ist schön. Ich find's gut, wie weit man gucken kann einfach. Das ist krass, dass das Level-Design so weit geht. Cool. So, warte. Wir haben halt überall einfach unsere... Ich weiß nicht, was das ist. Hemden? Keine Ahnung. Wie viele Klamotten kann der Mensch denn tragen, dass er die überall so verteilt? Dinge, die zu tun sind. Computer und Spielkonsolen auspacken. Ist auch Platz 1. Bin ganz ehrlich. Fühlig. Ja. Zweitens Einkaufen gehen. Drittens Eltern anrufen, sobald ich mich eingelebt habe. Viertens Profil auf Datingseite vervollständigen. Ich glaub, das hat er grad oben gemacht. Fünftens Kisten auf Dachboden durchsehen. Sechstens Schlüssel für verschlossene Türen finden. Siebtens Wäsche machen. Achtens Klopsig baden. Der Junge müffelt. Ja, und du bist Mr. Sauberclean oder was? Guck dich mal an. Du wilder Stinker. Deine ganzen Klamotten sind in der Wohnung verteilt. Du trägst den Hoodie schon seit drei Jahren. Naja. 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 Sind wirklich alle Bücher falsch rum im Regal? Die sind einfach falsch rum ins Regal gestellt. Ich mein, was? W-W-Was? Hä? Ist so, ne? Ist wirklich so, oder? Sieht das nur so aus. Das ist wirklich so. Ein oder zwei stehen richtig rum. Da unten ein paar. Ich, ähm... Ist mir irgendeine alte Dame das Haus... Irgendeine alte Dame hat ihm das Haus hinterlassen? Also seine... Seine Oma? Oder so? Hat der Anwalt das nicht geschrieben? So. Gute Fra... Ja, ich komm gleich. Gute Frage, ganz kurz wegen Klopapier gucken. Das Klopapier hängt glaube ich... Gar nicht rum. Okay. Kann ich die Wäsche vielleicht mal in den Wäschekorb packen? Das geht nicht. Okay. Okay. Die Puschen sind süß. Der sehr süße Puschen an. Okay. Ja, lass den Schmutz mal da liegen, würde ich sagen. Und dann gehe ich mal an den Computer, weißt du was? Wir haben ja schon aufgeräumt quasi. Der Eimer steht da... Der Eimer steht da jetzt hier. Das ist... Das gilt schon wie aufgeräumt einfach. Okay, wir können nicht rennen. Okay. Dann gehe ich mal nach oben. Die Kamera ist dynamisch. So, hat man das auch schon gelesen? Ach, das war das. Das war das mit dem Anwalt. Okay. Warte mal, aber unten lag auch noch ein Brief, oder? Ja, warte mal, wir haben den da gelesen... Okay, ich muss die gesamte Treppenanimation abwarten. Ich kann nicht umdrehen. Ähm, lesen. Gestatten Sie mir, dass ich Sie als Erster... Und das da oben? Warte mal. Moment. Die Animation ist sehr, äh... Animationig. Okay, das ist ein anderer Brief. An Mr. Daniel. Ich hoffe, dass dieser Brief Sie bei guter Gesundheit erreicht. Mein Name ist Alex Pierce und ich bin der Anwalt, der den Nachlass ihrer Großmutter vertritt. Sie ist letzte Woche verstorben und hat mir die Aufgabe übertragen, ihr Testament zu erfüllen. Mir ist bewusst, dass Sie sich vielleicht nicht kennen, weil Sie adoptiert wurden, aber dass Sie ja einziger überlebender Verwandter sind, hat sie Ihnen alles hinterlassen. Dazu gehören Ihr Haus im Vorort River Lake in Detroit, Ihr Fahrzeug und eine Recht... In Detroit? Wir sind tot. Wir haben ein eigenes Haus, äh... In Detroit. Wir sind... Okay. Dazu gehört Ihr Haus in Detroit, Ihr Fahrzeug und eine recht umfangreiche Sammlung von Aktien und Anleihen, sowie Ihre Bankkonten. Sie hat auch genug beiseite gelegt, um sicherzustellen, dass alle anfallenden Steuern und Gebühren gedeckt sind, sodass Sie nur noch in mein Büro kommen müssen, um die Schlüssel abzuholen. Nächste Woche wird alles fertig sein und Sie können das Anwesen in Besitz nehmen. Mit freundlichen Grüßen, Alex Pierce Raxonwald. Okay. Cool. Oh. Das ist cool. Der junge Mann hat offenbar sehr viel Glück gehabt. Der Hund hasst uns. Okay, die Oma... Ist das eine Spielkonsole? Ist das ein alter Atari? Ein alter Atari. Okay. Können wir aber nicht spielen, ne? Aber cool. Schönes Detail. Äh, ich geh mal kurz an den Rechner. Wir müssen mal eben gucken wegen, äh, wegen Tinder, ne? Ich muss mal eben schauen. Huh. Why'd you look that? I guess someone liked what they saw. So. �� Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ist egal, so hier Der tippt auch auf den Tisch So, und die Maus ist jetzt auf der Tastatur Okay Okay, wir interagieren mal Verdammt, du hast mich halb zu Tode erschreckt Muss ich jedes Mal E drücken? Wer, ich? Ich weiß, dass ich kein Schönlegen bin, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so hässlich bin Ich war gerade dabei, das Haus zu putzen Hab meinen Monitor nicht stumm geschaltet Und die Benachrichtigung hat mich erschreckt Du kannst dir nicht vorstellen, wie laut ich gedreht hatte Warte Wie meinst du das? Wie, wie meinst du das? Ich meine, dass ich die Lautstärke auf meinem Monitor Also auf meinem Screen, die Lautstärke Weil ich hab offenbar zwei Boxen da stehen Ja, zwei Boxen stehen bei mir links und rechts am Computer Aber die hab ich nicht an Die sind kaputt Die sind schon, ich hab die seit 10 Jahren stehen hier rum Aber die funktionieren nicht Deswegen hab ich meinen Monitor einfach laut gemacht, ja? Äh, so Und da kommt Ton raus, wenn du mir schreibst Uh, das war das also Ach so Warte Du hast das gehört? Was war das mit der Kamera? Du hast das gehört? Wie? Ja, ja klar hab ich's gehört Hab mich voll überrascht Aber Dann müsstest du ja wortwörtlich Warte mal eine Sekunde Warte mal Oh, wow Die App sagt, du wärst unter einer Meile entfernt? Aber du musst doch schon direkt nebenan wohnen Um das gehört zu haben Wo wohnst du denn? Ich lebe in River Lake So wie du Seit neulich Ich hab dich einziehen sehen Ähm Ich wohne auch hier Ha Ja, was sagt man denn dazu? Wir sind vermutlich Nachbarn Ich frage mich Ob du mein Haus Von deinem Fenster aussehen kannst Ich mein, wenn sie das Geräusch gehört hat Dann wird das schon Ähm Vielleicht Soll ich mal nachsehen Ja, okay Ich blinke mit meinem Zimmerlicht Okay, tu es Ich gucke Ist das gut oder schlecht? Ist nicht wahr Ich kann dein Licht sehen Ich habe die Schlüssel gerade erst gestern Morgen bekommen Oh, das tut mir leid, das zu hören Standet ihr zwei euch nah? Naja, bis vor einer Woche wusste ich nicht mal, dass es sie gibt Bis der Anwalt mich kontaktierte, um mir mitzuteilen, dass sie Naja, gestorben sei und mir das Haus hinterlassen hat Oh, fuck man, das ist voll ätzend Hm, naja, nicht wirklich Ich wurde adoptiert, als ich ein Jahr alt war Also, naja, nicht wirklich viele Informationen, mit denen man was anfangen kann Aber hey, kostenloses Haus Das muss furchtbar gewesen sein Aufzuwachsen, ohne deine echte Familie zu kennen Wie lange geht das denn noch? Naja, war schon in Ordnung Ich hatte meine Adoptivfamilie und die waren ziemlich großartig Ach, das ist gut Bin irgendwie froh, dass du jetzt hier wohnst und nicht mehr sie Sie war irgendwie merkwürdig Warum war sie denn merkwürdig? Sie war einfach mega gruselig Da gingen ständig diese finster aussehenden Leute spät nachts ein und aus Sie kamen zum Haus und beteten, sangen, haben Rituale durchgeführt Ich weiß auch nicht Hab mir das Schlafen schwer gemacht Großmutter war Okkultistin? Krass Abgefahren? Ähm, nicht meine erste Wortwahl, aber was immer dich glücklich macht Du Huso Naja, ist doch spannend zu hören, dass jemand, den ich niemals kennengelernt habe, was mit Teufelsanbetung zu tun hat Ich weiß nicht, was sie getrieben haben Aber die Geräusche, die aus dem Haus kamen, waren definitiv nicht von einer alten Rentnerin Die bei voller Lautstärke Mord ist, die Hobby schaut Wie lange geht das noch? Weiß nicht Alte Leute machen manchmal komische Sachen Also warum weißt du so viel über meine Großmutter? Also abgesehen davon, dass du nebenan wohnst Oh, ich bin hier wegen einer Wette mit ein paar Freunden vor ein paar Jahren eingestiegen Sah normal aus Zumindest die Räume, in die ich reinkam Ah ja? Gehört Einbruch zu deinen Hobbys? Hm, nicht genau, aber im Ernst Hast du nichts Seltsames gesehen, während du dein Zeug hier reingeschafft hast? Es gibt ein paar Räume, die verschlossen sind und ich habe noch nicht alle Schlüssel gefunden Der Anwalt, der sich um das Testament kümmerte, meinte, dass ein Teil... Ja, jetzt ficken oder was? Das wird Tinder Und keine Bibelstunde Was ist denn hier los? So Der Anwalt, der sich um das Testament kümmerte, meinte, dass ein Teil ihrer Sachen auf den Dachboden geräumt wurde Also sind die vermutlich in einer Kiste irgendwo Darum kümmere ich mich morgen Ich glaube, ich gehe ins Bett Was? Wie? Geht ins Bett Der wurde endlich gesript nach 30 Jahren Und jetzt hat er jemanden kennengelernt Wohnt direkt noch nebenan Ja, weißt du? Und sagt einfach, okay, ich gepenn Scheiß auf dich Hä? Wirklich? Jetzt? Bist du denn überhaupt nicht neugierig? Also ich bin's auf jeden Fall Ja, nicht wirklich, ehrlich gesagt Du bist mir scheißegal Scheißegal bist du mir Du scheißbratze Scheiße im Nebenhaus Scheiße, scheiße Ich hoffe, du bist mir zu schreiben Scheiße Ich bin zu müde Scheiße, lass mich in Ruhe Boah, du bist so ätzend Gut, schlaf etwas Aber überprüfe die verschlossenen Räume und gib mir Bescheid, ja? Die Spannung bringt mich noch um Ja, ich Ja, schauen wir mal Ich gehe jetzt echt ins Bett Wir reden morgen Vielleicht, wenn ich Lust habe Und mich herablasse Und mit so einem Müllhaufen wie dir Aber zu kommunizieren, du Dreck Boah, das geht tippe die ganze Zeit, ne? Dieses geht tippe Ich dachte, er ist müden Müder Müden Erkunde den Dachboden Ich dachte, er ist müde Ja, ist halt echt so eine Flitzpiepe, ne? Ich weiß, das ist einfach Weiß ich nicht genau Oh, ich höre Geräusche Der Hund lebt noch Das ist gut Ist ja auch ne Turt Ne Turt im Bart Ja Jetzt, wo ich ein Spiegelbild sehe Du brauchst dringend meine Ja, ja, ja Auf jeden Fall Krass So Die Kamera ist wild Ich sag mal so, mal so Ist schön Okay, immer noch nicht Diese Tür hat gar kein E Entweder flackert die Lampe oder Textur Ich bin ehrlich gesagt Nicht so sicher Erkunde den Dachboden Erkunde den Dachshoden Hä, voll schön hier oben Hä, voll der schöne Dachboden Ich hätte hier das Schlafzimmer reingemacht Du Honk Das wäre voll geil für ein Schlafzimmer Oh Blah war ein beliebtes Mitglied der Gemeinschaft Sie war tief involviert in der örtlichen Tafel Im Tierheim und im Gemeindegarten Sie war das letzte überlebende Mitglied ihrer Familie Aber sind wir doch auch, ne? Ja, na klar So, hier ein bisschen Spielzeug Die Oma hatte auch Spielzeug offenbar Die Oma hat hier gerne gespielt Und ja, der Dachboden sieht wirklich am saubersten aus Am ordentlichsten Und am gepflegtsten Der Rest alles verrottet Aber hier oben alles schön Hier ist das Dreirad von der Oma Oma hat sich gern mit Jagger Poster aufgehangen Und Schrotflinten ausgestellt Diese Omas Man kennt sie So, umsehen Interagieren Das ist ne Ratte Ganz normales Biologie Buch Alle Biologiestudenten müssen uns lesen Hat sie einfach so oben liegen Opus Medico Sag ich doch Hab ich doch gesagt Mir glaubt keiner Jesus The Mayan Kalender Hä, der ist doch schon Der ist doch schon outdated Der hat schon aufgehört Der Mayan Kalender Da soll doch die Welt enden Wisst ihr noch Wie die Welt damals enden sollte Und die ganzen Maya Und die ganzen Maya-Schwurbler so Wir werden alle sterben Und dann ist man nicht gestorben Und dann Ach ja, das war ja doch wegen Hier, bla, da war ja noch irgendwas 2012 Ja, seit 2012 sind wir alle tot Äh, innerlich aber Was steht da? Witch Das ist sogar noch falsch Die Seite ist falsch rum Witch Irgendwas Diary of Keine Ahnung Ist falsch rum Die Seite Der Untertitel wird verdeckt Von den, äh Dingens da Oh, das, äh Können wir das mitnehmen? Ja Repariere Opas Uhr Aber warum? Das ist mega sinnlos Jetzt hab ich einen Zeiger gefunden Und muss Opas Uhr reparieren Aus irgendeinem Grund Aber ich bin auch müde Ich will schlafen Der Mann verhält sich komplett irrational Eigentlich ging er noch bis 20 Äh, 2020 Na gut Schau dich um Da oben waren Schritte gerade Da oben war jemand Da oben war gerade jemand What's this? Oma? Oma, ich liebe dich Wir sind nur blutsverwandt Der Spiegel hat gerade Oh Gott, mein Spiegelbild Ähm Ich spiegle mich von hinten Okay, das ist groß Das ist wirklich gruselig Okay Das sind die seltenen Das sind die seltenen Rückspiegel heißen die Rückspiegel Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Ja Das hier ist ein Rückspiegel Der zeigt einen von hinten Damit man sehen kann Wie die Haare sitzen Und ob auch hinten nichts Alles knitterfrei ist Ob man gerade Bauarbeiter Dekolleté hat Alles sowas Ja, Rückspiegel braucht man unbedingt Wer sowas nicht zu Hause hat Äh, keck Schön Ja, da hat jemand gerade Mit der Flinte geschossen Da gehe ich erstmal hin Denn das ist normales Verhalten Loch in der Ja, das noch Komm, stell dich mal davor Vielleicht schießt er nochmal Da ist vorbei Schade Ich höre ein komisches Geräusch Okay, wir können es aber nicht untersuchen Wir können Hä? Untersuche die Geräusche Ja, da war ein Schuss Aber den kann ich nicht untersuchen Weil Der offenbar nicht interessant genug war From work Was ist das für ein komisches Was ist das hier oben Oder da unten Äh, was mit dem Himmel Die Bäume sind beleuchtet Aber wir haben keinen Himmel Ist das Ist der Himmel ausgefallen gerade Ist der Himmel Hat der Himmel Pause Der Himmel hat Pause Schönes Schöner Titel Für ein Buch Also wenn ich jetzt hier raus gucke Warte mal Ne, da ist auch kein Himmel Wenn es Nacht ist, warum sind die Bäume so beleuchtet? Ihr müsst euch entscheiden Und ich sehe keinen einzigen Stern Aber das kann natürlich Lichtsmog sein Aber die Bäume sind super beleuchtet Wahrscheinlich eine tolle Stadtbeleuchtung Die wir unten haben Ich verstehe nicht, was ich hier untersuchen soll Ich kann halt nichts untersuchen Ich gehe mal kurz runter Wegen dem Geräusch Wegen des Geräusches Was sind die Du bist eine Null Du bist eine Null Du bist eine Null Du bist eine Null Nein Oh, die Treppenanimation Ich wollte nicht runtergehen Ich wollte nur kurz Loser 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 Hier ist wie so ein Wind So Okay, auswählen, ändern Hä? Ich habe gerade ein Lachen gehört Hat er gerade gegähnt? Ja, ne? Aber ich höre die ganze Zeit so Das Geräusch war gerade hier drin, ne? Dem Hund geht es gut Ich gucke mal kurz Vielleicht ist das der Toilettengeist Das ist wahrscheinlich unser Tinder-Profil, unser trauriges Oder ist das hier? Ja, man weiß es nicht genau Wo kommt eigentlich das Licht her? Also wenn draußen Nacht ist, wo kommt das Licht hier? Ist es nicht eine Lampe? Hä? Der besonders helle Mond muss es sein Es ist wahrscheinlich der besonders helle Mond Oh, ich habe keine Ahnung, wo das Licht hier gerade herkommt Äh, die Truhe auf dem Dachboden Ähm, äh, warte Ich muss nochmal ganz, ganz, ganz Ich muss schnell mal dieses technische Achievement bestaunen Cool Ja, sehr guter Spiegel Wieso geht er eigentlich nicht schlafen? Da ist es nicht Schließe den Schreibtisch auf dem Dachboden auf Also Den da wahrscheinlich nicht, ne? Der hat ja keine Schubladen Das hier ist kein Schreibtisch Ach, die Schublade, wo er gesagt hat, die ist mir egal Jetzt ist sie mir nicht mehr egal Eine alte russische Taschenlampe 13. September Oma Judith gestorben Okay Okay Okay, wir haben eine Taschenlampe Die wir uns an die Brust heften Geh an einen Computer und gib Martha ab Wir sind der, wir sind der dämlichste Nerd der Welt Wieso haben wir uns die Taschenlampe jetzt an die Brust geheftet? Es ist doch hell Was ist das denn für ein Vollidiot? Wen spiele wir denn hier? Und der macht sich keine Gedanken wegen der komischen Geräusche? Naja, ich schreibe erst mal Die Taschenlampe auf dem Scream Oh nein, nicht schon wieder Ich drücke E Hey, bist du da? Ich konnte nicht einschlafen, nachdem wir uns unterhalten hatten Und ich habe mich ein bisschen umgesehen Habe ich dich zum Grübel gebracht, was? Was hast du gefunden? Ich weiß nicht Vielleicht ist ja jetzt nur ein Zufall Ist halt einfach seltsam Was denn? Ich habe einen Kalender gefunden Der Tag, an dem meine Großmutter gestorben ist Ist rot eingekreist Oh scheiße, also Das ist unheimlich Denkst du, jemand wusste, was mit dir passieren würde? Ich weiß nicht Das wird mir alles zu viel Und merkwürdig Bullshit Du willst mich doch verarschen Digi, komm schon Bruder Kein Witz, ich schwöre es Das wird mir zu viel Und alles ist was merkwürdig Also, was glaubst du denn, was das jetzt bedeutet? Denkst du, sie hat das gemacht, dass sie wusste, dass sie Du weißt, schon sterben würde? Hör auf damit Du machst mir Angst In diesem Haus passiert schon genug unheimlicher Scheiß Eine der Türen ist mit einem Vorhängeschloss verschlossen Und ich schätze, das Datum könnte die Kombination von das Schloss sein Aber, das wäre ja zu abgefahren Okay Okay Ja, schau es dir hoch mal an Erzähl mir dann, was du gefunden hast Man, du drängelst vielleicht Na schön Bin gleich wieder da Was ist er denn für eine Wurst? Was ist er denn für eine Wurst? Einfach Äh Geh zu der Tür mit dem Vorhängeschloss Ich weiß das Datum gar nicht mehr Welches ist denn die Tür mit dem Vorhängeschloss? War das die da hinten? Ja, ich hab das Datum vergessen 13.09. Okay 13.09 Oder 0.9.13 Ich bin nicht sicher Je nachdem Ich probier mal 0.9.13 Ähm Oh 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 There's no way this is real This is the day she died I've got to tell Martha about this Das Todestag Als Vorhängeschloss Achso Das ist eine Einliegerwohnung Die Familie hat hier gewohnt Das ist, äh Ich würde sagen 5 Quadratmeter Luxusapartment Ja Das ist auch mit, äh Sicht auf Sicht auf den Park Und an die Hauptstraße Ähm 3000 Euro Plus 1000 Nebenkosten Was steht da? Bitte War ich gerade mit der Kamera in seinem Kopf? Oh bitte, ja Ich möchte mehr mit der Kamera in seinem Kopf sein Ich liebe es mit Kameras in den Köpf zu gehen Kann ich da rein? Was steht da? Lai Lile Etui Lev Etui Heftiti Dietl Heftitl Ich glaube es ist eine Botschaft Eine dänische Wahrscheinlich eine Dänenfamilie Was ist mit denen los? Oh, okay Drehe die Blöcke um die Botschaft zu enthüllen Aber die Botschaft ist doch klar Oh, okay Hope You Hope you like Hope you like Spaghetti Eis Hope you like Haus, okay, Haus geht auch Und dann unser Name. Wie ist denn unser Name nochmal? Wie heißen wir nochmal? Rosenfred? Pfefflump? Hefidetl? Hopp, hier lag ich noch aus. Hefidetl. So... Fr... Fram... Framz... Fuckboy Freddy, falsches Spiel. Framzoll. Okay, Grandson. Okay, Grandson. Würde knallen. Ja, einfach Smash. Ich hoffe, die ist auch bei Tinder. So... Ich glaube, die war auch ein bisschen horny, wenn ich mir das richtig angeguckt habe. Also Gesichtsausdruck war auf jeden Fall schon ein bisschen... Hast du schon gesehen. Feuer war da. Wir müssen wieder mit Martha schreiben, ne? Oh Gott. Oh Gott. Okay, warte. Hey. Bist du da? Ich hab die Tür aufbekommen und bin reingegangen. Es sah aus wie ein Babyzimmer. Mit Krippe und allem. Okay. Jetzt weiß ich, dass du mich nur verarschen willst. Sie hatte auf keinen Fall ein Baby. Ich hab sie nie mit einem gesehen, nie eins gehört. Und die einzigen Leute, die ein und aus gingen, waren diese gruseligen Erwachsenen. Und wie erklärst du mir denn, was ich gefunden habe? Ich kann's nicht erklären. Warum sonst sollte der Raum mit einem Vorhängeschloss versehen sein? Ich weiß nicht, aber niemand, der mal verstand ist, würde ein Baby so einsperren. Das ist so unheimlich. Ich weiß. Und dann waren da diese... diese Spielzeugwürfel. Das war total merkwürdig. Ich erwähne aber nicht den Schuss vorhin aus der Shotgun, der losgegangen ist und all die Gruselstimmen, die ich gehört habe. Nein, die Spielzeugwürfel. Die waren's. Die waren's einfach. Spielzeugwürfel? Solche mit Buchstaben drauf? Ja, ja. Und sie waren so angeordnet, dass sie eine Nachricht ergaben, die mich im Haus willkommen hieß. Okay, das ist Bullshit. Keine Lüge. Wirklich nicht. Mir wird wirklich kalt, wenn ich nur daran denke. Okay. Was kommt als nächstes? Lakritzschnecken? Ich weiß auch nicht mehr, was hier los ist. Ich weiß nicht mehr, woran ich glauben soll. Finde den Sicherungskasten. Jedes Horrorspiel braucht einen Sicherungskasten. Geh doch erstmal schlafen. Geh doch rüber und schlaf bei ihr erstmal. Vielleicht kann man auf der Couch knacken. Ich mein, ihr versteht euch jetzt so gut. Das war ja. Okay, warte, warte. Das war... Das war jetzt aber... Wow! Das war aber richtig... Slowmotion-Grandma. Ich mein, die kann nicht mehr so schnell. Ja, die ist so eine geronnten Oma. Was ist denn mit der Kamera? Was ist denn mit der Kamera? Mann, ich hätte das gern gesehen. Die Oma ist voll sweet. Was hat die denn? Die guckt so putzig. Die guckt voll lieb. Das ist seine einzige Sorge. Was war's? Kehre zu deinem Computer zurück und chatte weiter mit Martha. Ich hinterfrage seine Lebensentscheidung. Aber gut. Bin ja nicht ich, ne? Ich geh erstmal wieder an den Rechner... Er... Er rafft halt... Du duu... Oh... Die ist... Hä, die ist voll verspielt, die Oma. Die ist voll verspielt. Meine Wäsche steht da noch rum. Ich glaub, sie ist lesbigen-sauer. Oh... Warum hält der jetzt die Eier in unser Gesicht? Was ist denn mit dir? Oh, okay. Ich will... Ich will nur einen Computer. Ich will... Ich will aber noch ein bisschen zocken. Noch ein bisschen Fortnite. Komm. Aber wie... Wieso hat der uns jetzt die Eier ins Gesicht gedrückt? Gerade bei Szene. Das ist super weird. So... Erstmal wieder ein PC. Ja, hier. Erstmal schön chatten. Das ist das Richtige in so einer Situation. Das beruhigt einen auch wieder. Bist du da? Bei mir ist gerade der Strom ausgefallen. Und das ist die erste interessante Nachricht, die ich schreibe. Das ist das, was mir gerade passiert ist. Der Strom ist ausgefallen. Sonst wüsste ich nicht, worüber ich berichten sollte. Alter. Geh aus dem Haus da. Irgendwas stimmt da nicht. Du kannst hier rüber kommen. Und morgen früh können wir beide losgehen und rausfinden, was da los ist, Mann. Hä? Machst du witzig? Ich kenn dich nicht mal. Du könntest irgendein 50 Jahre alter Typ mit einem Schack sein, der online als niedliches Mädchen posiert. Ehrlich gesagt, mir reicht's jetzt. Ja? Ich bin hier bei meiner Oma und die lächelt mich immer süß an und ich glaube da läuft was. Knick knack. It's only blood related. Ja? Das geht schon klar. Ehrlich gesagt, mir reicht's jetzt. Hä? Was? Was für'n, was für'n Spack, Alter. Was für'n Spack. Der hat grad die ganze Zeit diese, diese Geisterdinger, wurde gepackt, wurde durchs Wohnzimmer gezogen, aber... Hä? Jetzt, jetzt ist, jetzt ist genug. Das, das prangere ich an. Hör mal, ich bin nicht irgendein, alter Typ. Ich verarsch dich auch nicht. Ich werd mich anziehen und rüberkommen. Gib mir 10 Minuten. Warte einfach und stell keinen Blödsinn an. Nee, mach das nicht. Das ist ja schon seltsam genug. Ich brauch niemanden, ich brauch keinen anderen Menschen, der mir hilft, ja? Das mit den Geistern ist schon merkwürdig genug. Andere Menschen finde ich richtig scheiße. Ma-Martha? Ma-Martha? Hallo? Oh fuck. So. Ich glaub, der hat seine Oma wirklich auch rechts geswiped. First, first. Oh. Das ging wirklich schnell. Wir gucken mal kurz. Da ist immer niemand. Da steht aber niemand. Okay, somebody is definitely fucking with me. Might as well stay busy though. Not like I'm gonna get any sleep now. Er hat euch gesehen. Das Sommerkleid steht ja richtig gut. Richtig sweetest girl. Also ich bin hooked. Ich weiß, wie es euch geht, aber ich bin hooked. Ich bin einfach, ich bin einfach, wow. Findet den Musikraum. Natürlich such ich jetzt den Musikraum. Das ist das nahliegendste. Natürlich such mir jetzt den Musikraum. Ja, ich will ein bisschen auf der Schalmei, will ich tirillieren. Das ist genau das, was ich machen will. Eine schöne Weise intonieren. So, vielleicht schreiben wir oben hier ein schönes Lied. Oben hier hat uns auch was hinterlassen. Was sind das für Bilder hier eigentlich? Hab ich noch nie gesehen. Was sind das für Bilder? Das ist doch nicht er. Das sind die 70 anderen Enkel der Oma wahrscheinlich. Das Musikzimmer. Weiß ich nicht, wo das ist. Ist das der Raum, wo wir sonst nicht rein konnten? Wo der mal gesagt hat, yo no. Und jetzt kommen wir da auf einmal rein. Ist das der? Wir gucken. So. Vielleicht können wir oben auch was schönes vorspielen. Hier wird auch immer so ein Zimmer, ne? Jetzt geht es aber mal auf. Natürlich. Das Musikzimmer. Ich glaube, die Oma war eine ernsthafte Musikerin. Das erkennt man immer den bunten Blitzen auf dem Klavier. Da erkennt man die besten Komponisten. Warte, ich muss mich kurz hindehen. Löse das Rätsel und spiele das Piano. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Oma! Oma tanz an! Haben wir irgendeinen Hinweis? Das Musikzimmer ist übrigens... Es ist nur das Ding hier drin, ne? Es ist nur das Ding hier drin, ne? Musikzimmer. Es gibt nicht mal ein einziges Notenblatt. Ähm... Haben wir irgendeinen Hinweis auf die Farben und welche... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ne? RGB. Wo haben wir denn die Farben? Hatten wir hier irgendein Cheatsheet? Das einzige, was Farben hatte, waren glaube ich die Spielzeugwürfel. Aber ich glaube nicht. Wart mal... Da geht's eh nicht rein. Der Mops schläft immer noch, dem ist alles egal einfach. So... Und da können wir auch nicht mehr ran. Okay. Da können wir nicht mehr ran. Ich finde, das sollte noch 70 mal kommen Dann wird's noch gruseliger. Ich find das auch voll süß eigentlich. Die ist voll lieb. Die guckt halt, die ist ein bisschen best ne, Ich geh mal nach oben So, hier war noch Teddy und so Aber Hinweis auf Musik haben wir nicht, ne? Löse das Rätsel und spiele das Piano Das ist so random einfach Das ist so mega random Aber ich erinnere mich an gute Zeiten Ist halt sehr rutschig hier einfach Es ist sehr rutschig, was soll ich sagen Ich erinnere mich noch an sehr Ich erinnere mich noch an sehr gute Zeiten mit Umi und einem Piano So, hier ist nichts, ne? Gut Ich suche die ganze Zeit Farben Das Einzige, was hier wirklich farbig ist, sind die Pflanzen Die Bücher können es ja nicht sein Ich guck mal unten So Hier sind auch noch Farben Aber da kann man nichts machen Das sind die selben Oh Okay Ich gehe ganz kurz eben blaues 11 Warte Ich schreibe es mir eben auf, weil ich mir die Farben nicht alle auswendig merken kann So Blau 11 Zoom Okay, verlassen Muss ich mir jetzt alle Bilder im Haus angucken Tatsächlich, da ist jetzt ein grüner Fleck drauf Grün ist 3 Es ist doch, es ist, wow, es ist ein tolles Rätsel Was ich sagen wollte Die Bilder Sind exakt die Bilder, die im Flur hängen Oh, warte, das ist ja auch noch Gelb ist 7 Gelb ist 7 So Was war mit der Kamera, äh, was war mit der Kamera gerade? Einmal über den Kopf Guck mal, die Bilder hier Guck mal, die Bilder Na ja gut, ähnlich Na ja gut, sie sind nicht ganz gleich Die untere Reihe zumindest ist gleich Okay So, hängt auf dem Scheiß auf noch ein Bild Eine erstaunte Katze hängt da Okay Die hat wahrscheinlich auch das Spiel Die hängt aber auch hier Die erstaunte Katze Die hat das Spiel offenbar auch gespielt Da ist aber Doch, da ist doch was drauf Warte mal, E Jetzt aber E Aus einem bestimmten Winkel E Orange ist 10 5 Bilder hätten ja auch nicht gereicht, ne Es müssen ja 12 sein Oder wie viel auch immer 5 Bilder sind zu wenig einfach Das darf man, das ist einfach Voller Wunde werde ich gleich die nächsten Bilder hier erholen Warte, jetzt hier nochmal Die 1 ist rot